Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft. Diesmal geht es wieder um eine Musikrolle und zwar um die Musikrolle der Schwarze Tempel. Und diese befindet sich nicht, wie vielleicht zu erwarten, im Schwarzen Tempel, sondern im Kerker der Wächter. Unten in der Gruft einfach die Treppe runtergehen, Gang entlang. Zum Falk hintergehen, aufmachen, reingehen, sich anschauen und dann die Schrift von Behälter des Wächters zu sich nehmen. Und schon hat man eine neue Musikrolle, der Schwarze Tempel. Ich hoffe, ich konnte euch wieder helfen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder zuschauen würdet. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, Servus, Pfirti und Tschüss, euer Tiger. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, Servus, Pfirti und Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.